Angenommen, ja, du hörst einen Vortrag über Jannah und über Tawhid, sag mal, oder über Hadith und über Sunnah und dabei spielst du Playstation. Ich meine, wo ist deine Konzentration? Wo ist deine Konzentration? Und mit Sicherheit, du wirst vielleicht mitgenommen beim Spiel und dann wirst du bestimmte Wörter falsch verstehen oder nicht richtig hören. Deshalb, wenn du spielst, spiele, ohne dass du einen Vortrag hörst und wenn du einen Vortrag hören willst, dann spiele nicht. Das ist die Sache.